Ich mach schon mal im Menü weiter, ne, wenn wir schon mal dabei sind. Road to Wrestlemania. Nicht der Story-Modus wie ursprünglich angekündigt, weil der ist hot garbage. Also wirklich hot garbage, holy shit. Aber Road to Wrestlemania, es ist, Road to Wrestlemania wird sein. Hardcore-Match, ne, was, 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 was war der Tommy Dreamer? Ähm, Extreme Rules Match gegen Jeff Hardy? Extreme Rules Match, genau, Bedingungen. Rammelt Jeff Hardy durch einen Tisch, Gewinner und Gewinner, um einen Bonus zu halten? Also wahrscheinlich schalte ich dann irgendeinen Champ frei, äh, irgendeinen Wrestler. Ist okay. Ich weiß zwar immer noch nicht, was Jeff Hardy in ECW macht, aber... War der mal in ECW? Ich mein nicht. Weighing in at 225 Mounds. Ja. Hardcore-Match, oder? Tatsächlich, der war mal in ECW. Läuft. Huch, das tut gar nicht, krass. Okay, skip. Also Road to Wrestlemania, wir werden jetzt ein paar Matches spielen. Wir werden versuchen, alle zu gewinnen. Und dann knallt's bei Wrestlemania. Ich glaub, das ist so die Story. Nein, das ist super. Ist zwar ein bisschen enttäuschend, dass es irgendwie keinen richtigen Story-Modus gibt, aber... Ey, dann sind wir halt schneller durch 2009 durch und dann gibt's halt schon nach 2010. Das ist alles. Das ist alles. Ein bisschen in den Kopf knapp. Ja, 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 komm, komm. Okay, reicht jetzt. So, das ist ein Extreme Rules Match, ne? Erst mit meiner Ruhe, ich bin ein paar Sachen, glaube ich, ja. In der Gitarre? Ich will ja honky-tonk werden, aber stolz. Komm mal, ich komme jetzt hier. Komm mal hier. Und fütt. Uuuuuh. Ui. Ekelhaft der Sound. Der Tisch rein hier. Höh. Was machst du? Was machst du denn? Das ist mein Tisch. Lass das sein. Leck, Deuker. So, wie machen wir das jetzt hier? Nein, nein, ey, was ist denn dein Plan? Das war jetzt nicht mein Gedanke, Alter. Oh, oh. Chill mal. Ich baue kurz ein Tischchen auf, ne? Lass mich mal kurz machen hier. Ja, jetzt habe ich keinen Finish gemacht. Ist das bodenlos. Oh, oh, ich muss auch die ganze Zeit Tess ertragen. Das ist nicht so geil. All right, time nine. Schnauze, Tess. Confidence? Guck mal, das ist da irgendwie bei, äh, Confidence. Jetzt komm mal hier zum Papa, komm mal hoch. Nein. Scheiße. CM Punk. See you all. Ihr liebt mich alle, weiß ich. Finisher. Was macht er jetzt? Was kommt jetzt? Was kommt jetzt? Komm, GTS durch den Tisch. Oh, das geht auch. DDT. Okay, das geht auch. Bedingungen erfüllt. We're getting extreme. Ja, ja, jetzt wird's extrem, aber Match ist vorbei. Two. Oder auch nicht. So, dann haben wir den jetzt hier noch. Was den jetzt hier nennen. Die scheiß Tische. Pass mich nie an. So, wie stelle ich den denn in die Ecke? Okay. Ja, komm, nochmal eine kleine Gitarre, Leute. Ja, macht doch Spaß. Guck mal, zack. Bam. Oh, was soll denn das, oder? Knackbroker. Ich steh mal auf jetzt hier. Ja, ja, nicht. So, Finisherzeit. Extreme. Das macht er nicht. Go to sleep, Jeff Hardy. Go to sleep. Das ist die Frage. Blutet er danach? Sound-Effekt, wenn er wirklich übe. Eins. Zwei. Guck mal, sind die Rester irgendwie hier auf, 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 was sind denn die hier drauf in dem Spiel? Die kicken ja immer raus. Ist ja übel. Komm, da werden die Gehirner-Schüttern reffen. Mach mal vorbei hier. Sag mal das Match-Up. Dann geht's doch gar nicht mehr gut. Ah, Roadbreak. Wow, Roadbreak. Oh, nee, wa. Wie konnte das kein Roadbreak sein? Okay. Nee, ich will ihn nicht zum Submiten bringen. Da ist er mal im Finisher ausgewichen. Auf was seid ihr denn drauf hier? Nein, die geht drin. Huch. Gut, wir kommen. Komm, Anaconda-Vice, scheiß drauf. Komm, jetzt reicht's mir. So, komm, reicht mir jetzt. Er geht auf. So, nämlich. Und das ist das Match. Und so schnell kriegt man den Titelkampf. Royal Rumble Titelkampf. Easy. Tja, ich bin gesund. Was soll denn das? Okay. Wie viele Tage noch? Oh, was ist das hier? Bonus freigeschaltet. Ramme Jeff. Ja, ja. Alternatives Roadtrip's Main-Outfit. Spiele andere Spiele. Ja, ja, ja. Es ist ein hübsches Outfit. Cool. Speichern immer doch möchte ich. Woche zwei. Stimmt, ich erinnere mich an das noch. Ich habe, glaube ich, damals auf der PS3 immer so mehrere Spielstände gemacht, damit ich nicht die Bonis verpasse. Und da waren einige richtig schwere Bonis dabei, meine ich. Als Kind war es nicht so einfach. Oh, oh, was kommt denn jetzt? Was steht denn jetzt an? Okay. Die Show startet. Austin, Texas. Joey Styles. Tag Team? Warum? Das verstehe ich nicht. Tag Team Match. Oh, hier klingelt es ja. Burke und Morrison. Okay. Ich sollte seine Ringzeit limitieren. Aber wo kommen wir denn da in 68 Tagen? Das wird dauern. Elijah Burke und John Morrison. Ey, man, das spielst du aber auch grafisch nicht schlecht aus, ne? I'm raced. Das sieht nicht so schlecht aus. Skip. Komme ich jetzt auch zusammen mit Jeff Hardy rein? Tatsache. Von Feinden zu Freunden. Wunderbar. Ich bin mal gespannt, wie lange so ein Road to WrestleMania-Ding dauert. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie lange so dauert. 68 Tage mal. Wenn ich so 15 Folgen pro Road to WrestleMania brauche, ist das ein schnelles Projekt. Und wie schneller gibt es 2010. Mann, was macht man so in der Sinn-Packmann? Warum denn auf dem Fuß jetzt? Nice, Alter. Robber. Jawohl. Ich bin mal auf hier. Bam. Go to sleep. Go to sleep. Go to sleep. Genau. Geh schlafen jetzt hier. Ja, mein Seil schmeißen. Komm, 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 komm. Und bam. Das geht mir aber alles zu wenig gegen den Kopf. Oh, wo mache ich denn da? War ich besoffen oder was? Mein Gott. Neckbreaker. Die Frage ist, blutet er jetzt schon? Nach dem Go to sleep? Ich glaube nicht. Doch, er blutet schon. Ist gerade einfach. Jeff Hardy hat mir vorbeigelaufen und den anderen. Das ist ja genial. Oh, Tag Team Matches in dem Spiel könnten mir gefallen. Das ist genial, weil dein Partner, also der Computer, automatisch auf den gegnerischen Rössler zurennt, ihn einen mitgibt und man gewinnt. Das ist ja geil. Ah, kann man skippen. Haben wir gewonnen. Schön. Jetzt ist die Frage, wie viele Wochen noch bis zum Royal Rumble? Gut, ich soll häufiger speichern, kann ich machen. Kann ich machen. So, komm, komm, komm. Ich will weitermachen hier. Wo sind wir gerade? Arizona, glaube ich, ne? Road to 24. Edge gegen Undertaker. Wer weiß, der mir in der 24 nicht kennt. Und ich glaube auch Luke Flair gegen Shawn Michaels, wenn ich mich richtig erinnere. Arizona. Was steht an, meine Damen und Herren? Was steht an? Oh, oh. Der war ja. Der war ja, der war ja. Der war ja. Oh, wir waren wir in da. Det ist kampf. Rückendeckung? Gut, dann verteidige ich jetzt mal Tommy Dreamer. Ja, klar. Jawohl. Okay. Was klingelt denn wieder hier? Wer will was? Achso, ist ja vorlesend. Ich bitte gib Ruhe. Ja, ist der Champion. Er kann antreten immer los. Ich kann Tommy helfen und gleichzeitig diesen Typen das Maul stopfen, wenn ich dafür sorge, dass Dreamer heute Elijah Burke besiegt. Das ist eine wunderbare Idee.